Auf Platz 2 und damit glaube ich nach Lars Hannes ein ganz wichtiger Spieler. Und Hassloch im Vorwärtsgang. Cian Adani auf dem Laufenden. Das Grabe wieder wegzunehmen. Und dann wirklich nochmal ein echtes Handballspiel draus zu machen. Jaaa! Und hoch. Ja, und siehst du, oh nein! Oha, da steht er in der Ecke. Die Spiele, die Spielzüge da dann einzudämmen. Oder was ist die Überlegung dahinter? Jaaa! Stark gehalten! Was war das denn für eine wilde Parade von Mustafa? Da steht er senkrecht, steht er quasi... Also ne, waagerecht steht er in der Luft. Ja, waagerecht, ne? Unfassbar gehalten! Dass er sich da keinen Kreuzbandriss geholt hat. Das ist ein Wunder! Sehr gute Move! Danke! Ja!